Also, Mom, ich habe ja kein Sexleben. Du bist ja noch nicht verheiratet. Aber ich darf keinen Sex haben. Ich weiß, ich habe es dir verboten. Also ich bin ganz froh, dass du dich immer noch dran hältst. Aber da war ich doch acht. Daran halte ich mich doch schon lange nicht mehr. Ich darf keine Jungs treffen, weil ich doch die Jungfrau des Monats werden möchte. Ach so, und wenn man dich jetzt mit dem Typen sieht, dann... Genau, und dann gewinnt irgendeine andere Schlampe diese... Krone und die 10-Jahres-Packung Kondome. Oh, Mama, ich will Sex haben. Hallo, Ladies. Tag, ich habe hier eine Eilbestellung für unsere Premium-Kommel. Kelly Bundy, Familienpackung Kondome. Sind da Kondome? Sind da Kondome? Ich will dann nur noch abkassieren und dann... Mama? Halli, die sind nicht für dich. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, Mama. Ach... Oh, das würde ich ganz schön... Nein, 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 das ist schon in Ordnung, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Ihr macht's euch schön und betreibt's nicht zu bunt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.